GLE 63 S AMG 585 PS 760 Nm M157 V8 Biturbo Nach Anpassung der Steuergerätesoftware sind über 700 PS und 1100 Nm möglich, dies ohne Hardwareänderung. Jetzt unterwegs im GLE 63 S AMG. Der Klang, der Antritt von diesem SUV ist einfach überwältigend. Mehr kann man dazu nicht sagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017